Ich glaube, ich habe in der Presse das Image eines Tugendlamms und ich hasse das. Aber es ist schwer, etwas dagegen zu tun, weil ich normalerweise nicht über mich spreche. Ich bin ein schüchterner Mensch. Es stimmt, ich mag es nicht, Interviews zu geben oder in Talkshows aufzutreten. Als Doubleday mit der Idee zu diesem Buch hier an mich herantrat, sagte ich zu, weil ich so die Möglichkeit bekam, mit eigenen Worten, in einem eigenen Buch, über all das zu sprechen, was mich bewegt. Ich hoffe, es wird helfen, einige falsche Vorstellungen auszuräumen. Jeder Mensch hat viele Seiten und ich bin nicht anders. In der Öffentlichkeit bin ich oft schüchtern und reserviert. Wenn keine Kameras auf mich gerichtet sind und ich nicht mehr von fremden Leuten angestarrt werde, verhalte ich mich ganz anders. Meine Freunde, meine Kollegen wissen, dass es einen anderen Michael gibt. Der sich in der Öffentlichkeit nicht hervorwagt. Auf der Bühne ist es was anderes. Wenn ich auftrete, verliere ich mich. Ich beherrsche die Bühne. Ich denke an nichts anderes mehr. Ich weiß, was ich vom ersten Moment an tun muss. Und ich liebe jede Minute, die ich auf der Bühne bin. Ich bin dann entspannt. Völlig entspannt. Es ist schön. Auch im Studio bin ich ganz locker. Ich weiß, ob sich etwas richtig anfühlt oder nicht. Wenn nicht, weiß ich, was zu tun ist. Alles muss stimmen und wenn das der Fall ist, fühlt man sich gut. Erfüllt. Die Leute haben meine Fähigkeiten als Songschreiber oft unterschätzt. Sie sahen in mir keinen Songschreiber und als ich dann mit Songs herauskam, sahen sie sich an, als wollten sie sagen, wer hat das wirklich geschrieben? Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, dass ich vielleicht jemanden in der Garage sitzen hätte, der sie für mich schrieb. Aber die Zeit räumte mit diesen falschen Vorstellungen auf. Man muss sich den Leuten gegenüber immer beweisen und viele wollen es einfach nicht glauben. Ich habe gehört, dass Walt Disney am Anfang seiner Karriere von Studio zu Studio ging und ohne Erfolg versuchte, seine Arbeiten zu verkaufen. Als man ihm schließlich eine Chance gab, hielten ihn alle für das größte Genie aller Zeiten. Manchmal macht es einen stärker und entschlossener, wenn man ungerecht behandelt wird. Sklaverei war etwas Schreckliches, aber als die Schwarzen in Amerika diese Tyrannei schließlich abwarfen, waren sie stark. Sie wussten, was es bedeutete, von anderen Menschen unterdrückt zu werden. Sie waren entschlossen, so etwas nie wieder zuzulassen. Ich bewundere diese Art Stärke. Menschen, die sie besitzen, kämpfen mit jeder Faser ihres Herzens für das, woran sie glauben. Ich werde oft gefragt, wie ich bin. Ich hoffe, dieses Buch beantwortet einige dieser Fragen, aber vielleicht helfen auch folgende Dinge. Meine Lieblingsmusik ist eine eklektische Mischung. Zum Beispiel liebe ich klassische Musik. Ich bin verrückt nach Debussy. Nachmittag eines Fauns und Claire de Lune und Prokofiev. Ich könnte mir Peter und der Wolf immer und immer wieder anhören. Copeland ist einer meiner Lieblingskomponisten. Sein Blechbläser-Sound ist unverkennbar. Billy the Kid ist großartig. Und ich höre viel Tchaikovsky. Die Nussknacker-Suite ist einer meiner Favoriten. Ich höre außerdem eine Sammlung bekannter Show-Melodien. Irving Berlin, Johnny Mercer, Lerner und Löwe, Harold Arlen, Rogers und Hammerstein und Holland. Diese Leute bewundere ich wirklich. Ich habe eine große Vorliebe für die mexikanische Küche. Da ich Vegetarier bin, bevorzuge ich frisches Obst und Gemüse. Ich liebe Spielzeug. Ich achte immer darauf, ob es etwas Neues auf dem Markt gibt. Wenn etwas wirklich Schönes dabei ist, kaufe ich es sofort. Ich bin verrückt nach Affen, vor allem Schimpansen. Mein Schimpanse-Bubbles ist mir eine ständige Freude. Es macht mir Spaß, ihn mit auf Reisen oder Ausflüge zu nehmen. Er ist ein wundervoller Zeitvertreib und ein großartiges Haustier. Ich liebe Elizabeth Taylor. Ihr Mut inspiriert mich. Sie hat so viel durchgemacht und über Lebenswillen bewiesen. Diese Frau hat sich durch nichts brechen lassen. Ich identifiziere mich wegen unserer gemeinsamen Erfahrung als Kinderstars sehr stark mit ihr. Als wir zum ersten Mal miteinander telefonierten, sagte sie mir, sie habe das Gefühl, mich schon seit Jahren zu kennen. Mir erging es genauso. Catherine Hepburn ist auch eine gute Freundin von mir. Ich hatte ein wenig Angst bei unserer ersten Begegnung. Ich traf sie, als ich zu Gast bei Jane Fonda war. Sie lud mich für den nächsten Abend zum Essen ein. Ich war sehr glücklich. Seitdem haben wir uns oft gegenseitig besucht und stehen uns immer noch sehr nahe. Man erinnere sich, dass es Catherine Hepburn war, die mich dazu gebracht hat, bei der Verleihung der Grammy Awards die Sonnenbrille abzunehmen. Sie hat großen Einfluss auf mich. Sie ist ebenfalls eine starke Persönlichkeit und sehr auf ihr Privatleben bedacht. Ich glaube, Künstler sollten versuchen, stark zu sein, um ihrem Publikum ein Beispiel zu geben. Es ist atemberaubend, was man erreichen kann, wenn man es nur versucht. Wenn man unter Druck steht, sollte man den Druck umkehren und ihn für seine eigenen Ziele nutzen. Künstler schulden es den Leuten, stark und gerecht zu sein. In der Vergangenheit sind Künstler oft tragische Gestalten gewesen. Viele der wirklich großen Künstler haben unter diesem Druck und an Drogen, vor allem Alkoholsucht, gelitten oder sind daran gestorben. Es ist so traurig. Als Fan fühlt man sich um ihre weitere Entwicklung betrogen. Man fragt sich unwillkürlich, was Marilyn Monroe oder Jimi Hendrix in den 80ern an künstlerischen Leistungen vollbracht hätten. Viele Berühmtheiten sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder ins Showgeschäft gehen. Ich kann ihre Gefühle verstehen, aber ich bin anderer Ansicht. Wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, würde ich sagen, natürlich, sei mein Gast, tritt ruhig ein. Wenn du es tun willst, dann tu es. Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als die Menschen glücklich zu machen, sie von ihren Problemen und Sorgen abzulenken, ihnen zu helfen, ihre Last zu erleichtern. Wenn sie einen Auftritt von mir gesehen haben, möchte ich, dass sie sagen, das war großartig. Ich will es noch einmal sehen. Ich habe ein paar schöne Stunden verbracht. Für mich ist das alles, was zählt. Es ist ein wundervolles Gefühl. Deshalb verstehe ich auch nicht, dass andere Berühmtheiten sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder ins Showgeschäft gehen. Ich glaube, sie sagen das, weil man ihnen dort wehgetan hat. Ich kenne das Showgeschäft. Man möchte von der Wahrheit berührt werden und diese Wahrheit deuten können, sodass man das, was man fühlt und erlebt, ob nun Verzweiflung oder Freude, nutzen kann, um dem eigenen Leben und hoffentlich auch dem anderen Menschen einen Sinn zu geben. Dies ist die Kunst in ihrer höchsten Form. Für diese Momente der Erleuchtung will ich jetzt und in Zukunft leben.